Hier im Hintergrund seht ihr die Koi schwimmen. Das hier ist die Stufe Koi, die wirklich den nächsten Champion hoffentlich hervorbringt. Wir probieren jetzt mit diesem künstlichen Licht, mit mehr Lichtstunden die Farben und die Pigmente der Koi mehr und mehr zu stimulieren, damit wir eben diesen Nachteil der fehlenden Sonnenstunden einfach bedingt durch die Lage innerhalb Jahrbahn so ein bisschen ausgleichen können. Und hier in dem Becken gehören wirklich zwei dieser Superfische, ein Showa und ein Kohaku, einem deutschen Kunden von mir. Der Kohaku wird jetzt im Oktober acht Jahre alt, ist knapp über die 90 Zentimeter groß und der Showa ist jünger, der ist erst sechs Jahre alt und irgendwo so um die 85, 87 Zentimeter groß. Und diese beiden Tiere gehören tatsächlich einem deutschen Kunden von mir, der erstens mal seinen riesen Spaß daran hat, wenn er im Oktober mit mir hier rüberkommt und seine Tiere wieder sieht, wenn die vermessen werden. Der Umgang hier mit der Farm und wir haben hier im Nachbarbecken noch einen Showa sitzen, der eigentlich dieses Jahr sich erst richtig weiterentwickelt hat, seitdem wir den Fisch gekauft haben. Wir haben den Fisch vor zweieinhalb Jahren gekauft und im nächsten Jahr war das rausbringen in den großen Mudcorn, in den Rocktambu. Das war nicht so wirklich von Erfolg gekrönt. Und wir waren über das Ergebnis dann erstmal ein bisschen enttäuscht. Zum Zeitpunkt des Kaufes war der Fisch 95 Zentimeter groß und gerade mal fünf Jahre alt. Das war das größte Tier aus den Monsterblutlinien, was die Farm jemals hervorgebracht hat. Und wir sind das Risiko eingegangen und haben gesagt, okay, wenn diese etwas stumpfe, orange-rote Farbe besser hochkommt, stärker hochkommt und dieses wahnsinnige Wachstumspotenzial ausgebaut wird, dann, ja, dann kann dieser Fisch eventuell auch mal in Richtung Grand Champion gehen. Aber wie gesagt, das darauffolgende Sommerhalbjahr im Rocktambu hat den Fisch gar nicht gut getan und wir waren dann eher ein bisschen über das Ergebnis enttäuscht. Shigeru hat das Ganze wieder gut gemacht. Er hat meinem Kunden einen ganz hervorragenden, super, super schönen, dreijährigen Showa Tategoi geschenkt und hat damit natürlich diese Erwartungshaltung wieder, ja, ins Lot gerückt. Der Kunde war wieder begeistert, hier zu sein. Der Kunde hat auch weiter Fische gekauft. Und dieses Jahr, muss ich sagen, hat dieser Showa, den wir damals fünfjährig gekauft haben und der erst mal enttäuscht hat, hat jetzt dieses Jahr, zwei Jahre später, extrem an Körpervolumen dazu gewonnen. Hat eine sehr, sehr hohe Schulter bekommen, einen sehr, sehr muskulösen Schulteraufbau. Der Fisch geht jetzt wirklich auseinander. Er wird noch über einen Meter groß werden, garantiert. Und, ja, für mich, für mich zurzeit, von den drei Tieren, die wir hier in der Jumbo-Klasse schwimmen haben, hat dieser Showa, der erst mal nicht so gezündet hat, der hat mich dieses Jahr total überrascht. Die anderen beiden Tiere, der Kohaku und der Showa meines Kunden, sind einfach weitergewachsen, haben sich einfach nur gut entwickelt, haben überhaupt nicht enttäuscht, sondern machen genau das, was sie sollen. Es stehen alle Chancen noch offen, ja. Es geht ja irgendwann in der Endgröße, wenn du mal über die sieben Jahre, acht Jahre drüber hinaus bist, geht so eine Art Wettlauf mit der Zeit und mit dem Alterungsprozess der Haut einher. Ihr seht, wir haben hier Fische drin schwimmen, die sind gut über 95 Zentimeter groß, aber die kriegen jetzt halt schon so ein bisschen Altersflecken, ein bisschen Higui. Der Kopf wirkt schon sehr adult, zeigt sehr stark ausgeprägt, so tiefe Grater, tiefe Canyon und der Fisch hat einfach nicht mehr diesen jugendlichen Charakter. Und der Trick dabei, einen Grand Champion bei einer großen Ausstellung wie der Shinko Kai zu stellen und zu zeigen, der liegt halt auch darin begründet, dass der Fisch riesengroß sein muss, ein wahnsinniges Volumen zeigen muss und dabei eben seinen jugendlichen Charakter immer noch behalten haben muss, zu dem Zeitpunkt, wo er ausgestellt wird. In dem Moment, wo der Fisch seine 95 Zentimeter erreicht und dabei alt wirkt und verbraucht wirkt, ist das kein Kandidat mehr für eine Ausstellung für einen Shinko Kai Champion. Sondern du brauchst halt wirklich einen Fisch, der riesengroß ist, Volumen hat, super dasteht, wahnsinnige Hautqualität hat, jugendlichen Charakter ausstrahlt und diese Fische gibt es halt wirklich nur ganz, 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 ganz extrem selten. Hier vor mir zu meinen Füßen ist der Super Showa mit dem vielen Rot vorne am Kopf, der vor zwei Jahren im Dream Area der Shinko Kai ausgestellt worden ist, so ein bisschen als zukünftiges Zuchtziel, was Körperform und Größe anbelangt, aber auch Hautqualität und Farbqualität. Und jetzt kommen hier die ganzen Kohaku-Supertiere an. Am Ende vom letzten Kohaku, der Showa, der da schwimmt, das ist ein Kundenfisch von mir. Super, super schöner Showa mit so um die 87, 88 Zentimeter. Wenn mein Kunde hier ist, werden wir natürlich die Fische rausfangen, werden mit meinem Kunden zusammen die Fische vermessen, damit er eben auch feststellen kann, wie sich seine Tiere entwickelt haben, wie viel Zuwachs wir gehabt haben. Das ist auch ein bisschen spannend für uns. Wir fangen die Tiere natürlich nicht hier irgendwie alle drei Monate raus und stressen die Tiere, sondern die Fische sind natürlich hier in den künstlichen Betonbecken untergebracht, um Volumen aufzubauen, um noch die letzten zwei, drei, vier, fünf Zentimeter rauszukitzeln, um eben alles zu tun. Das wird doch mal ein bisschen wieder an der Shinko-Kai mehr teilnehmen, wieder in Grand Champion stellen. Klar, Danichi-Käufer ist der erfolgreichste Käufer im Jahr fahrend, aber zurzeit werden wir doch ganz gut verdrängt von Sakai und Momotaro. Diese beiden Farben sind moderner, was die Produktionsbedingungen angeht. Die züchten mehr in künstlichen Teilchen, die benutzen mehr künstlichen Sauerstoff zur Aufzucht und, und, und. Was hier bei Danichi doch sehr viel traditioneller geregelt wird und wo Shigeru noch nicht so wirklich davon weggeht. Aber ich verfolge es mit großem Interesse, dass halt hier jetzt künstliche Beleuchtung aufgebaut wird, dass man jetzt halt doch versucht, diesem Nachteil der fehlenden UV-Strahlung, der fehlenden Sonnenstunden entgegenzuwirken. Und irgendwann wird Shigeru auch einsehen müssen, dass man, um ein Spitzentier zu produzieren, dann doch ein bisschen mehr mit reinem Sauerstoff arbeiten muss, vielleicht auch ein bisschen anderes Futter noch fahren muss. Futterversuche haben wir in der Vergangenheit sehr, sehr viele gemacht. Hier auch, Danichi-Käufer haben ein wahnsinnig großes Wissen angelegt, was die Ernährung der Koi angeht, was die Futterrezepturen angeht. Man hat hier sehr viel zusammengearbeitet mit Kevin Baba, dem Chef von FD Koi Food. Das FD Koi Food ist nach den Rezepten von Danichi Käufer haben entstanden. Und auch Shigeru und ich, wir tauschen uns relativ viel aus, was Futterzusammensetzung angeht. Ja, wie soll ich sagen, dieses ganze Wissen fließt natürlich auch ein in die Rezepturen von meinem Saito-Koi-Futter, was ich in Deutschland herstellen lasse, hier im Bild der schöne Kohaku von meinem Kunden. Ja, sein Kohaku ist jetzt genau hinten dran, so ein bisschen versetzt zu dem Showa zu sehen. Es ist dieser schöne 3-Step mit dem kleinen maroden Fleck über dem linken Auge. Ein fantastisches Tier, wunderschöne Zeichnung, super großer Kopf, ganz, ganz langer Körper. Ja, ich war vor einem Jahr, im Dezember, war ich mit Achim Bretzinger hier, um die Schwimmblase von dem Fisch zu kontrollieren, weil er sich doch ein bisschen, er ist ein bisschen eckig geschwommen, hat sich öfters abgelegt. Und wir hatten den Eindruck gehabt, dass sich Flüssigkeit in der Schwimmblase angesammelt hat. Der Eindruck hat sich dann auch bestätigt. Und Dr. Achim Bretzinger konnte die Schwimmblase punktieren, hat ein Antibiotika gespritzt und seitdem schwimmt der Fisch wieder. Und hat sich sehr, sehr gut erholt, ist auch wieder von den Farben her hervorragend beigekommen. Dieses Jahr, ich denke, um 4-5 Zentimeter gewachsen. Im letzten Jahr ist er nur einen Zentimeter gewachsen, aufgrund der Erkrankung, denke ich. Und dieses Jahr ist der Fisch zum Glück wieder im Rennen um einen zukünftigen Champion, ist er zum Glück wieder mit dabei. Bin mal gespannt. Wir haben jetzt noch 7 Wochen, irgendwie haben wir bis zur Nokiosai. Aber bei der Nokiosai wird traditionell immer nur ein Fisch ausgestellt, der wirklich im Besitz der Danichikoi-Farm ist. Und der noch nicht verkauft ist an irgendeinen Kunden, ob inländischer Kunde oder ausländischer Kunde, ganz egal. Aber ist doch klasse, wenn man hier nachts um 2 Uhr draußen sitzen kann und kann hier den Fischen zugucken und kann seinen Jetlag so ein bisschen ausleben. Das ist schon echt ein bisschen dekadent, ne? 2 Uhr nachts sitzt er hier draußen an so einem Teich mit 12 richtig extremen Fischen. Hell beleuchtet. Temperaturen sind angenehm. Arbeiten muss da erstmal auf nichts. Ich grinse mir hier gerade ein. Einen schönen Hirschkäfer hast du auch noch gerettet. Das ist ein Hirschkäfer. In Deutschland habe ich dieses Jahr zum allerersten Mal genau so einen Hirschkäfer gefunden, wie ich mit meinem Hund quasi gegangen bin. Ich habe diese Tiere nie vorher gesehen. Die sind wahnsinnig selten bei uns. Ich weiß nicht, ob denen der trockene Sommer gut getan hat. Aber wie gesagt, diese Tiere gibt es nur ganz, ganz selten. Der älteste Sohn von Futoshi, Aguila, der geht diesem Hobby nach, dass er Käferlarven großzüchtet, bis die dann sich verpuppen und zu großen Hirschkäfern werden. Ich weiß jetzt nicht, ob das Tier hier, ob der ausgebüxt ist im Aguila oder ob der hier wirklich natürlich gerade hier vorkommt. Aber zumindest habe ich ihn mal aus dem Wasser gezogen. Und ja, wohin jetzt mit dem Ding? Den muss ich eigentlich morgen früh gleich Aguila zeigen. Ob das einer seiner Hirschkäfer ist oder ob wir den hier in der Natur wieder aussetzen können, damit er sich hoffentlich weiter vermehrt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017